Okay, eins, zwei, drei, vier. Eins, zwei, drei, vier. Schaut gut aus. Schlägt aus. Pension Schöller. Ich begrüße jetzt in der Pension Schöller Lydia Brenner-Kasper. Hallihallo. Hallihallo, eine Freude. Danke für die Einladung. Ja, Lydia, wir beginnen mit der Frage, die jede Kabarettistin schon einmal gehört hat. Wie bist denn du eigentlich zum Kabarett gekommen? Ja, ich bin da reingestolpert, muss ich sagen. Mir ist ja das alles passiert. Das war ja kein Plan in dem Sinn. Ich habe beim Kabarettbewerb mitgemacht und da habe ich aber Freunde gezwungen mitzumachen, weil sie gewusst haben, dass ich immer gern Fesseln untermale und Getiste mache und lustige Sketches. Und ich habe gesagt, du musst dorthin. Und ich habe gesagt, das ist ein schlechter Zeitpunkt in meinem Leben, weil ich habe ein Stillkind damals gehabt. War das der erste? Das zweite. Und habe gesagt, nein, das kann ich jetzt nicht machen. Und ich habe mich aber dorthin gedrängt und dann habe ich das Wiedererwarten gewonnen. Und hatte als Preis sozusagen einen abendfüllenden Auftritt gewonnen und habe aber nur 15 Minuten pro Gramm gehabt. Verstehe. Also für einen gar nicht so untypischen Einstieg, weil das habe ich schon ein paar Mal gehört jetzt. Das war aber nicht die große Chance. Nein, das war noch nicht die große Chance. Das war ein Bewerb, der heißt, wer bringt den König zum Lachen? Ah, den kenne ich natürlich auch. Ja, und da habe ich mich dann nach Gewinnen dieses Bewerbes, habe ich mich bei der großen Chance beworben und habe geschaut, ob das jetzt nur einen kleinen Kreis interessiert oder die große weite Welt. Und tatsächlich was Zweiteres. Das war die weite Welt. Wahnsinn. Also, die weite österreichische Welt. Ja, ja, nein, ich würde mal sagen, das ist schon die weite Welt und die kommt schon noch auf die Tour. Also, es läuft doch wirklich gut. Ja, ich mache das jetzt zehn Jahre und bin selber sehr ehrfürchtig, dass das jetzt erstens einmal schon zehn Jahre geht, zweitens als Haupterwerb geht und drittens wirklich die Menschen ungebrochenes Interesse an dem haben, was ich erzähle. Und das stimmt mich sehr demütig. Okay, na, ich verstehe es gut. Weißt du noch, was du damals gemacht hast bei deinem ersten Auftritt? Ja, was, was ich sicher nicht mehr spielen würde, glaube ich. Wobei eines der Dinge war ein Gedicht über Schneewittchen, nämlich wenn ich Schneewittchen geschrieben hätte im Favoritner Slang und Dialekt, mit auch Favoritner Kraftausdrücken. Und dieses Märchen gespickt mit Favoritner Finessen ist damals sehr gut angekommen. Ah, das glaube ich. Aber die Geschichte war im Prinzip dieselbe, nur auf Favoritnerisch. Genau, also das Märchen war dasselbe, aber nur auf Favoritnerisch dargestellt und vor allem nicht so fein natürlich, sondern schönerdig. Okay. Underdogg. Das heißt, die Zwerge haben Alkohol getrunken zum Beispiel. Die Zwerge, also ich glaube, da haben alle alles konsumiert. Ach so, so, okay. Ja, und dann war die große Chance und da hast du dich aber schon selber beworben. Da habe ich mich selbst beworben. Da bin ich damals nach Graz zu einem Casting gefahren, weil wir waren zu der Zeit gerade auf Urlaub in der Steiermark und ich sagte da mal einen Abstecher hin. Und es war wirklich, also ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich bin einfach hingefahren und habe mir gedacht, das probiere ich jetzt aus. Eigentlich wollte ich nur ein bisschen mit den Ö3-Menschen dort netzwerken und schauen, ob man da irgendwas machen kann. Wirklich? Aber das ist doch schon mal sehr professionell, finde ich. Gerade, wenn man so am Anfang ist und sich denkt, okay, da schaue ich jetzt einfach mal hin. Genau, vielleicht kommt wer drauf, dass das lustig ist. Es hat dann auch funktioniert. Ich habe dann auch eine eigene kleine Ö3-Rubrik bekommen für eine Zeit lang. Die Ö3-Familienbeihilfe hat es geheißen, wo ich einfach Lieder über Familienalltag geschrieben habe, kurze Strophen und Songs. Und ja, also alle Rechnungen, die ich mir nicht einmal gestellt habe, sind dort aufgegangen. Aufgegangen? Ja. Und du warst ja relativ schnell bekannt, das war so meine Wahrnehmung, als die mit den lustigen Liedern, oder? Kann man das so sagen? Ja, ja, die mit den lustigen Liedern, die mit den schlimmen Ausdrücken und die mit den großen Augen, genau. Genau, genau. Und du hast bei der großen Chance hauptsächlich Lieder gemacht, oder? Ja, genau, das waren Lieder. Also ich bin mit quasi Liedern Musikkabarett, ich und die Gitarre aufgetreten und habe das auch meine ersten drei Programme so gemacht. Und dann bin ich beim vierten Programm sozusagen einmal, habe ich mich auf ein Stück eingelassen und das war auch sehr spannend. Und wie bist du zu diesen Liedern gekommen? Hast du Vorbilder gehabt oder immer schon Musik gemacht? Puh, also ich meine, meine Gedankkenntnisse gehen ja nicht über die einer durchschnittlichen Kindergartenpädagogin hinaus, muss man sagen. Ich finde es schon, also ich müsste mich mit der Gitarre mehr beschäftigen, um wirklich gut spielen zu können. Ich zupfe halt dahin und kann ein paar Akkorde, aber dann ist es auch schon gut. Aber du kannst immerhin, du kannst Lieder schreiben und es gibt viele gute Gitarristen, die das nicht können. Ja, ich habe einen Ton im Kopf und eine Melodie im Kopf und versuche sie dann umzusetzen. Manchmal reichen meine Akkordkenntnisse auch nicht aus, um das umzusetzen. Da muss ich es transponieren. Aber woher kommt das? Hast du, ich sage jetzt mal Hausnummer, hast du als Kind Otto gehört zum Beispiel? Ja, Otto habe ich gehört. Ich bin natürlich auch mit Kabarett groß geworden, aber weniger mit Musikkabarett. Ich habe einfach eine Affinität, Lieder und Dinge in Reimform zu schreiben, umzuschreiben. Und habe das auch immer wieder auf, weiß ich nicht, Firmenfesseln, damals Geburtstagsfeiern gemacht. Und im privaten Bereich, dass ich Lieder auf die jeweilige Hauptperson oder auf das Thema angepasst habe. Ah ja, das heißt, ihr erstes Wuppe gekommen waren Verwandte, dann später Bekannte und dann Berufskollegen, so ungefähr. Genau, richtig. Okay, und die haben dann einfach gesagt, das ist zu gut, nur für uns. Ja, die haben gesagt, ja genau, mach was draus. Und ich hatte schon immer als Kind eine Affinität zur Bühne. Das war für mich das Allergrößte, wenn wir zum Beispiel in der Schule diese gelben Reklamheft gelesen haben. Und ich habe irgendeine leibende Rolle in diesen Heften gehabt. Da hat mir das schon so Freude gemacht, die Unterricht vorzulesen und diese Rolle zu spielen. und dann im Schultheater zu spielen, dass ich mir gedacht habe, irgendwann möchte ich gern sowas machen. Das heißt, du fühlst dich einfach wohl auf der Bühne? Ja, das fühlt sich sehr zu Hause an. Ja? Ja, das ist für mich etwas sehr Geborgenes. Okay, ich finde, das merkt man eh ein bisschen bei dir. Irgendwie merkt man das, ja. Worüber kannst du selber lachen oder was sind so Dinge, die dir einfach taugen? Ich kann sehr lachen über Slapstick, ganz plump. Ja? Finde ich wahnsinnig lustig. Also Dinge, wo sich jemand so deppert wehtut. Wirklich schwer. Ja, okay. Das ist jetzt sehr sadistisch natürlich. Ich will nicht, dass sich jemand ernsthaft wehtut. Aber wenn es auf so eine depperte Art und Weise ist, dann kann ich leider mein Lachen nicht zurückhalten. Und das ist aber so Alltags-Slapstick, also dieser geplante Slapstick, das finde ich jetzt gar nicht so. Aber im Alltag. Ich verstehe, okay. Aber das sind gar keine Werke, sondern das ist eigentlich, wenn du im Alltag jemanden beobachtest. Ja. Und das ist als Mutter eine ganz schlechte Eigenschaft, muss man dazu sagen. Natürlich, ja klar. Weil das entspricht natürlich nicht dem Bild der liebenden Mutter, wenn sich das Kind sau deppert wehtut und ich hau mich ab und kann nicht mehr raus aus diesem Nachkrampf. Das ist sowohl für das Kind als auch für das Umfeld sehr verstörend. Aber ich hau nichts dafür, es ist passiert mit mir. Okay. Abgesehen davon, glaube ich, kennt man die ja dann irgendwann und man weiß ja, wie es gemeint ist dann, oder? Ja, oder man sagt, na Wahnsinn, die ist echt arg. Die ist sogar zu ihren Kindern arg. Echt? Hast du das schon gekriegt, diese Reaktion? Ja, ja. Es gibt schon viele Leute, die glauben, dass ich wirklich ganz arg bin mit meinen Kindern. Und die, also, ja, dass ich auch im Privatbereich natürlich ganz arge Sachen sage. Und ich bin ein authentischer Mensch. Mir ist auch wichtig, dass meine Kinder wissen, dass ich so bin, wie ich bin. Und ich finde immer die schlimmsten Schimpfwörter sollen sie von zu Hause kennen. Das ist ein guter Plan. Das habe ich nur so noch nie gehört. Aber das ist ein guter Plan, ja. Ja, weil dann sind sie woanders nicht überrascht drüber oder wenden sie nicht falsch an. Also, da kennen sie alles, was sie kennen müssen. Gut vorbereitet aufs Leben. Und du merkst schon bei deinem Publikum hin und wieder, dass sie so ein bisschen erstaunt oder überrascht sind über verschiedene Ausdrücke, die du verwendest oder wenn du sehr offensiv umgehst mit Dingen? Also, bei meinem Publikum merke ich das nicht, weil die wissen, was sie kriegen, wenn sie mich suchen. Also, das ist mittlerweile sehr angenehm. Am Anfang war es natürlich nicht so. Also, bei Leuten, die sozusagen ausprobieren, wer ich bin und was für Kabarett ich liefere, da gab es dann natürlich am Anfang schon welche, die hochempört rausgegangen sind. Wirklich? Aber bei denen ist es auch gut, dass sie nicht geblieben sind, weil das Bisschen ist dann einfach auch nicht meine Zielgruppe. Aber es gibt einige, die nach meinen Programmen gesagt haben, Sachen wie, das hat der Bernhard Murk gehört von meiner Premiere, hat er gesagt, das hat er so lustig gefunden, weil es so passt. Da hat einer gesagt, boah, die ist tief, aber die ist tief, mogi. Echt? Das ist ein gutes Kompliment. Und das ist eigentlich ein schönes Kompliment, ja? Sicher. Weil es geht mir ja per se nicht darum, einfach Kraftausdrücke rauszuschleudern oder Themen anzusprechen, die jetzt Leute schockieren. Darum geht es nicht. Mir geht es darum, den Menschen ihre eigenen Schranken zu öffnen und ihre Tabus zu öffnen, damit sie nicht so verkrampft und verkniffen durchs Leben gehen. Ja. Und sich einfach den Dingen bewusst sind, weil je bewusster man, finde ich, sich seinen Untiefen ist, desto besser kann man damit umgehen und desto weniger blöde Reaktionen aufs Umfeld verteilt man. Das ist doch gut, das stimmt sicher. Man fühlt sich dann selber nicht so schlechter bei sowas, oder wenn man es einmal gesehen hat bei dem anderen? Ja, genau. Also wenn man sieht, hey, der geht es ganz genauso oder die denkt sich ganz genauso orge Sachen wie ich, dann ist das erleichternd. Und das ist was, das habe ich mir mühsam erarbeitet, sich sozusagen meinen Schranken und Untiefen zu stellen. Und das ist was, was ich gerne Menschen weitergeben möchte, die vielleicht auch nicht so einen Zugang haben zur Psychologie oder die, ja, ich in meiner sozialpädagogischen Ausbildung habe da sehr viel über mich selber reflektiert. Das kann man nicht vorstellen. Und habe das als sehr wertvoll und persönlichkeitsentwickelnd empfunden. Ja. Und das ist was, was ich mir zur Mission gemacht habe, dass ich das gerne weitergeben möchte und Menschen zugänglich zu sich selbst schaffen möchte. Ja. Und ich glaube, darum schaut man dir auch so gern zu, weil das einfach so echt ist und weil man es kennt. Und weil es verschiedene oder sagen wir mal ein paar Grenzen einfach nicht gibt, die es aber vielleicht auch gar nicht geben muss. Genau, die es nicht geben muss. Ich sage ja, die Grenzen, die uns auferlegt werden, sind ja meistens irgendwie anerzogen oder gesellschaftlich gesetzt. Ich glaube, wichtig ist, dass man die Grenzen so einhält, dass sie niemandem anderen wehtun. Das ist aber das Allerwichtigste. Ja, das wäre die Grenze, die man tatsächlich beachten muss und die vielleicht aber auch deutlicher wird, wenn man andere weglasst. Könnte sein, sage ich jetzt mal so. Genau. Ich glaube, es wird leichter, jemandem anderen nicht wehzutun, wenn man sich einmal selber nicht wehtut, indem man sich permanent einschränkt und beschneidet in seinen Gedanken und Gefühlen. Und wenn man mal mitkriegt, dass man sozusagen auch in Tiefen reinfühlen kann, die nicht angenehm sind und sich deren Tiefen auch bewusst wird, dann muss ich auch keinen innerlichen Druck aufbauen und anderen vielleicht damit wehtun. Also ich finde ja Kabarett ist eine Friedensbewegung. An dieser Stelle muss das einmal gesagt werden. Das ist doch schön. Das habe ich so noch nie gehört, aber das ist wirklich schön. Kabarett ist eine Friedensbewegung. Ja. Punkt. Hast du eigentlich ein bestimmtes Bühnenoutfit? Du bist immer sehr, ich kenne einige Fernsehaufnahmen jetzt durch die Vorbereitung und du bist immer, ich sage jetzt einmal, sehr gut gekleidet. Hast du so ein bestimmtes Outfit, das du immer anhast oder das dir Sicherheit gibt? Also ich habe für jedes Programm eigentlich ein Outfit. Das erste Programm, wo ich begonnen habe, jetzt zu variieren, ist Salon Lydia, mein Best-of. Da ziehe ich querbeet das an, was mir sozusagen gerade entgegenspringt im Kleiderschrank. Und ich habe eigentlich früher, so vor Salon Lydia, gedacht, dass ich so eine Haut brauche, eine zweite Haut, die ich mir überziehe, damit ich dann sozusagen mein Bühnenmensch bin. Das ist aber gar nicht notwendig. Ich komme immer mehr drauf, dass es fast wurscht ist. Also nicht wurscht ist, aber ich putze mich schon gern raus und haue mich in Schale. So auch aus Respekt zu den Menschen, die sich einen Abend lang Zeit genommen haben, mich anzuschauen und weil ich mich einfach wohlfühle. Aber es ist gar nicht mehr so wichtig, was ich trage, als dass ich dieses Ritual des Zurechtmachens einbaue. Das ist schon wichtig. Also es ist auf eine Art deine Arbeitskleidung und du hast dann einfach so einen Einschnitt von der Lydia im Alltag zur Lydia auf der Bühne. Genau. Also ich bin im Alltag schon mehr so der Casual-Typ. Also ich habe schon gern bequeme Kleidung an, die nicht druckt und nicht zwickt, weil das im Alltag einfach auch viel praktischer ist. Gerade auch mit drei Kindern. Also ich glaube, ich müsste permanent Feinwäsche waschen, wenn ich dann mir Kasch mir überstreife, wenn die Kinder da sind. Und es ist einfach urstressig, weil permanent einer kommt und dich umarmt und dir dann seinen Schokomund ins Gewand wischt. Da hätte ich nicht die Ruhe, wenn ich nicht was Bequemes anhätte, muss ich sagen. Und ja, es ist aber so ein bisschen, wie du sagst, meine Bühnenhaut. Und auch das Schminken gehört dazu. Das ist mein Bühnengesicht. Okay, ich verstehe. Interessierst du dich für Mode im Allgemeinen? Puh, ich habe ganz wenig Zeit, mich dafür zu interessieren. Also ich bin jetzt niemand, der die neuesten Zeitschriften durchblättert und sagt, das muss ich jetzt unbedingt haben. Und das ist der neueste Trend eigentlich überhaupt nicht. Also ich kaufe mir alle paar Jahre einen Schub Dinge, die meinen Kleiderkasten sozusagen modernisieren. Und die trage ich dann wirklich auch mehrere Jahre, bis sie mir vom Leib fallen. Okay. Also ich bin nicht eine permanent Einkäuferin. Aber du hast so Lieblingsteile. Ja. Und die trafst du einfach dann auch sehr gern und sehr oft. Genau, genau. Und lang. Und meine Tochter sagt mir immer, meine Große, die ist jetzt 15, sagt mir immer, Mama, du, diese Jeans, die du jetzt anhast, die sind eigentlich, die tragt man eigentlich jetzt nicht mehr. Wirklich? Echt? Und ich sage, warum? Das ist doch super. Das ist eine Skinny Jeans. Ich finde die total super. Und sie sagt, nein, du schaust aus wie irgend so eine random Mutter, sagt sie dann zu mir. Ich sage, ich bin irgendeine random Mutter. Sie sagt, nein, bist du nicht. Du kannst dir was Cooles anziehen und du bist überhaupt nicht random. Okay, das klingt aber gut. Und du hast jetzt erst mal gemeint, dass du die in deinen Kindern wiedererkennst. Aber kannst du von deinen Kindern lernen mittlerweile? Ja, ganz viel. Ganz viel. Also von meiner großen Tochter lerne ich zum Beispiel gerade Zentrierung und Entspannung. Die ist ein irrsinniger Yoga-Freak und meditiert irrsinnig gern und beschäftigt sich mit Energiefeldern im Körper und Chakren und so. Und da war ich eigentlich nicht ganz zugänglich dafür und finde das ganz großartig, dass sie damit eine große Entspannung im Alltag schafft für sich. Ja. Und für mich. Und für dich. Deine Älteste ist, wenn ich richtig informiert bin, ist 15, oder? Genau, richtig. Das ist so diese typische Generation Z, wie man sagt, mittlerweile. Merkst du das, dass die so woke sind und so bewusst, wie man das jetzt immer hört? Ja, sehr. Ja? Also es ist sehr bewusst und auch, was Konsum betrifft, was Klima betrifft, was Bionahrungsmittel betrifft. Also fast schon ein bisschen die Moralpolizei. Man hört das immer wieder und ich kann es teilweise fast nicht glauben, weil die eigentlich schränken die Eltern die Kinder ein. Mit ihrer Wertevermittlung. Jetzt ist es umgekehrt. Ja, na, wobei ich sagen muss, es ist keine Einschränkung, es ist mehr eine Bereicherung, weil es macht ja alles einen Sinn. Natürlich. Was sie sagen. Ich möchte jetzt nicht sagen, dass die Argumente nicht gut sind und so weiter, aber es ist schon bemerkenswert, dass eine Generation für sich selber festlegt, wir wollen es richtig machen, wir wollen jetzt nicht über die Schnur hauen, weil wir sind gerade in diesem schwierigen Alter und wir können es uns leisten und holl oder roh. Sondern genau das Gegenteil eigentlich. Wir wollen den Planeten bewahren, wir wollen Werte hochhalten und so weiter. Das ist total bewundernswert eigentlich. Ich finde das toll, aber das eine schließt das andere für mich nicht aus und das finde ich das Schöne. Du kennst die Praxis. Ich kenne die Praxis. Also man kann die Sau außer lassen und trotzdem respektvoll mit seiner Welt umgehen und das finde ich diese Generation sehr gut auf die Reihe. Also dieses ohne Rücksicht auf Verluste ist glaube ich was, das ist in dem Moment, wo man die Sau außer lässt, ganz lustig, nur nicht nachhaltig. Also ich glaube das macht einfach auf Dauer nicht glücklich und da finde ich haben sie einen guten Weg gefunden und natürlich muss man darauf schauen, das ist schon auch was, dass die Generation auch den gesunden Mittelweg findet, wo sie selber auch nicht verzweifelt daran, weil natürlich es irrsinnig schwierig ist als junge Generation da jetzt die ganze Welt auf diese Vorstellungen anzupassen. Und dann auch zu sehen, dass man manchmal ein bisschen allein auf weiter Flur ist mit seinen Zukunftsvorstellungen. Und das zu regulieren und zu sagen, okay, ich kann mich engagieren, aber nur soweit es mir dann auch wieder gut tut, das ist meine Aufgabe als Mutter. Ah ja, okay. Das ist ein interessanter Aspekt natürlich. Also auch das Gegengewicht zu liefern und zu sagen, schön, dass deine Vorstellungen so groß sind, schön, dass deine Wünsche so zukunftsträchtig sind, das ist ganz großartig, aber das kannst du nur soweit verfolgen, soweit es deine Energie zulässt. Ja, verstehe. Und die jüngeren beiden, sind die auch schon auf dem Weg dorthin, wenn ich das so fragen darf? Ja, die jüngeren beiden, die haben schon auch ihre Ansichten natürlich und begrüßen das sehr, was die Ältere da auch macht und schauen sich auch viel ab. Die mittlere ist gerade elf, die jüngere ist neun und die zwei, die sind so, die sind unser Blödelgespann, sage ich immer. Ah ja, okay. Die kommen nach der Mama, kann man so sagen. Ein bisschen nach der Mama, ja, ein bisschen nach der Mama. Und die sind gerade miteinander ein komplett wuseliges, schräges, crazy Team, das uns auf Trab hält und das uns den Alltag sehr belustigt. Okay. Ich weiß ein Detail, was deine Kinder betrifft und das finde ich total entzückend. Kannst du mir schnell sagen, wie die heißen? Die heißen Olivia, Valentina und Emma. Und es ist ja so, wenn man die Anfangsbuchstaben hernimmt und deinen dazugibt, dann entsteht das Wort Love. Das ist doch total nett. Richtig, genau. Und wie ich das gelesen habe, habe ich mir gefragt, ab wann war das geplant? Beim letzten Kind eigentlich, ja. Hast du irgendwann festgestellt, du bist schon bei L-O-V? Stimmt, wir waren dann schon bei L-O-V und mein Mann heißt ja Reini, das heißt, er hat ein R als Anfangsbuchstabe und jetzt hatten wir L-O-V-R. Und dann haben wir gesagt, okay, was kann ich machen? Ah, ich verstehe, mit dem R macht es auch noch alles hin. Dann macht es den Lover, genau. Und du schaust, wenn du da hinten schaust, dann siehst du da fünf Holzbuchstaben, die das Wort Lover abbilden. Ah ja, war nett. Die hat unsere große Tochter mal am Kriegskindelmarkt erworben und das steht jetzt da oben. Also unsere fünf Buchstaben ergeben das Wort Lover. Okay. Und uns ist einfach nichts Besseres eingefallen. Also es war wirklich ein Zufall. Ja, was heißt nichts Besseres? Das ist doch total gut, Fendi. Wirklich. Ja, ich finde es schön. Ja, wenn wir schon dabei sind, ich mache das meistens ein bisschen später bei den Gesprächen. Aber kannst du mal kurz deinen Kühlschrank beschreiben? Der schaut super aus. Ein amerikanischer Side-by-Side-Kühlschrank in Edelstahl mit lauter Sex oben, lauter Zeugs. Und nämlich so Fotos und Magneten, die in Summe, das Gefühl von einer sehr organischen Familie ergeben, finde ich jetzt. Ja, unser Kühlschrank bildet uns da auch ein bisschen ab. Es hängt alles greiz und quer. Es fällt permanent irgendwas runter. Es wird immer umorganisiert von irgendjemandem, der was dazu oder weghängt. Es schaut nett aus. Total so kunterbunt, aber sehr stimmig, sehr harmonisch. Wirklich. Absolut, ja. Also wir haben da Familienfotos oben einerseits. Also mein Mann und seine Geschwister sind da oben. Dann auch die Kindergartengruppe von meinem Mann. Der ist Kindergruppenbetreuer, also Pädagoge. Und da sind auch unsere Töchter hingegangen in diese Gruppe. Und da ist noch ein Foto, wo unsere jüngste und mittlere Tochter drauf sind mit ihrer Kindergartengruppe. Dann, was ist da? Ja genau, ein Foto von unserem Pferd. Wir haben ein dickes Islampferd, ein floschiges. Wirklich? Das gehört euch? Das gehört uns, ja. Das war so quasi in der Zeit, wo das Kabarett richtig in die Höhe geschossen ist, habe ich gesagt. Hast du dir ein Pferd geleistet? Jetzt oder nie. Wirklich? Jetzt kann ich mir es leisten, habe ich gesagt. Du hast deine Gage in ein Pferd investiert. Ich habe meine Gage in ein Pferd investiert. Zum Leidwesen meines Mannes, der ist halb ausgetickt, der war wirklich fix und fertig. Ich habe gesagt, um Gottes Willen, unsere Zukunft ist zerstört. Wir werden jetzt Tierarztkosten und Einstellkosten haben. Und ich habe gesagt, ja, das mache ich jetzt trotzdem. Und mittlerweile ist er mir sehr dankbar, weil das für unsere Töchter ein wunderbarer Begleiter durch ihre Kindheit und Jugend ist. Also die reiten alle drei? Ja, die jüngste ist mehr so die Versorgerin und Füttererin. Aber die Mittlere und die Große reitet und ich reite auch. Und wir teilen uns sozusagen dieses Pferd miteinander und es gleicht uns irrsinnig aus. Okay. Aber habt ihr das irgendwo in der Nähe? Nein, das steht ein paar Ortschaften weiter, ungefähr eine halbe Stunde entfernt und ist sehr glücklich auf einem Isländerhof. Und ja, eigentlich ist es ein Urlaubsmitbringsel, wenn man so will. Weil auf dem Urlaubshof, wo wir Urlaub gemacht haben, ist ein Pferdehof, war dieser Isländer und wir haben uns in den verliebt. Da war aber noch lange keine Rede davon, dass wir uns ein Pferd kaufen. Und irgendwann einmal bin ich dann draufgekommen, jetzt ist es soweit und habe den Bauern angerufen und habe gefragt, ob er denn ein gutes Pferd hat, weil ich weiß, dass er gute Pferde züchtet. Und dann hat er dieses Pferd auch vorgeschlagen und dann habe ich gesagt, okay, das ist es jetzt. Und er ist an unserem Hochzeitstag geboren, zufällig. Wirklich? Ja. Das ist doch gut. Und wie heißt der? Phyni. Phyni, okay. Phyni, Kjauni vom Hacklhof. Das heißt, Phyni heißt Feuer und Kjauni heißt sowas wie Klaun oder Tepperl. Ah, also zumindest Feuer passt auch gut zur Liebe. Klaun passt generell. Klaun passt zu uns total. Und den Beinamen hat er bekommen, weil er die Zitze seiner Mutter nicht gefunden hat und ihr einige Blutergüsse gesaugt hat. Ah, okay. Als Fohlen. Okay. Das ist ein Klaun. Okay. Jüder, wie gesagt, weil wir schon dabei waren. Magst du vielleicht deine Wohnung ganz kurz beschreiben oder kannst du sie so beschreiben, wie man sie sieht, wenn man das erste Mal hereinkommt? Huh, nachdem ich da schon lange nicht das erste Mal hereingekommen bin, versuche ich das jetzt mit deinen Augen zum Beispiel zu sehen. Wir wohnen in einem Rheinhaus am Wiener Stadtrand, zu dem wir einen Wintergarten dazugebaut haben. Einen sehr netten, hübschen Wintergarten. Dankeschön, danke. Und dieser Wintergarten ist jetzt zu unserem Yoga-Tempel geworden, wo wir Räucherstäbchen und irgendwelche Luftdiffuser aufdrehen, damit unser Haus nach Tempel riecht. Okay. Wir haben eine große, geöffnete Küche, also wir haben damals Vorzimmerwände geschliffen und die damals kleine Küche, die in einem Einzelraum war, ins riesengroße Wohnzimmer integriert, weil wir draufgekommen sind, dass die Küche einfach der zentrale Ort zum Leben ist. Immer sind alle in der Küche und je kleiner die Küche, desto enger. Und jetzt haben wir gesagt, auf damit, alle Wände weg im Erdgeschoss. Ist gut geworden. Und ja, und da spielt sich unser Leben ab. Ja, wie gesagt, ich habe es ja beim Kühlschrank schon erwähnt. Ich finde, es macht einen sehr harmonischen Eindruck. Und ihr esst viel Müsli, scheinbar. Ja, wir essen viel Müsli und ich kaufe auch gern Müsli. Also ich habe so drei Kaufsüchte. Das ist Tee, Müsli und Gewürze. Ah, aber das sind doch, wie soll man sagen, dankbare Kaufsüchte, weil das ist alles nicht zu teuer, oder? Naja, kommt drauf an. Also wenn man das bei renommierten Bio-Händlern kauft, dann geht das voll ins Geld. Aber es sind keine Autos, ja, oder so. Ja, ich wollte gerade sagen, es sind keine Autos oder Diamanten oder so. Nein, 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 vielleicht schwenke ich da noch um. Ja, genau. Und wenn es noch besser rennt mit dem Kabarett, dann sammle ich keine Pferde mehr, sondern Diamanten. Ja, das wollte ich gerade sagen, das Pferd geht jetzt schon ein bisschen in die exklusivere Richtung. Schwer dekadent, der Blade Isländer, schwer dekadent. Und ihr lebt es aber dann scheinbar irgendwie gesund, oder? Müsli, Gewürze, Tee? Ja, weitgehend schon, muss ich sagen. Wobei Süßigkeiten sind schon mein großes Laster. Dem versuche ich gerade ein bisschen zu entsagen. Funktioniert gut und fühle mich auch wohl, aber ich weiß, irgendwann einmal kommt der nächste Punkt, wo ich reinkippe und eine ganze Wanne Tiramisu selbst esse. Okay, aha. Das kann ich auch. Und das heißt, du kannst dich so sehr lange beherrschen, aber du weißt, irgendwann wird es kippen. Ja, ja, ich weiß es. Also momentan habe ich eigentlich eine gute sportliche Phase, wo ich 16,8 fasste. Und das geht, also 16 Stunden nichts essen, 8 Stunden schon essen. Und da schaust du, dass du in den 8 Stunden die Sachen isst, die dir entsprechend Kraft geben, weil du brauchst sie dann auch. Und ja, wenn ich das aber nicht tue und dann wieder so in meinen Schlendrian komme, dann kann ich so richtig schirch eine kippen. Und dann habe ich auch gleich wieder vier Kilo mehr auf den Hüften und fühle mich aber sehr wohl in meinem Speckmantel. Ja, genau. Jetzt passt so. Ja, und wie gängen deine Kinder damit um? Sind die da auch vernünftig, war so ein Wort, das ich zuerst gesucht hätte. Sind die da schon vernünftiger teilweise als du? Nein, sind sie nicht. Die sind eigentlich so wie ich. Also das ist eh, muss ich sagen, manchmal haben sie so Phasen, wo sie sagen, ich bin jetzt vegetarisch. Ich esse jetzt kein Fleisch mehr, das ist wichtig fürs Klima. Und das geht sie dann so lange aus, bis man beim Wirten sitzen und ein guter Schnittel vorbeigeht. Und dann ist es aber auch okay, finde ich, wenn sie sagen, okay, jetzt bin ich das gerade nicht mehr. Ja, das ist doch gut. Oder wenn sie sich einmal ausprobieren in solchen Dingen. Voll. Und unsere Neunjährige sagt immer, ich bin Flexitarierin, sagt sie. Das heißt, ich esse immer das, was mir gerade zum Gesicht steht und manchmal ist es Fleisch und manchmal nicht. Okay. Ist das ein Wort, das sie erfunden hat oder gibt es das? Ich glaube, das gibt es sogar. Das haben wir sogar in einem Buch drinnen. Ja, richtig, das gibt es sogar. Aber sie verwendet es mit Vorliebe. Das ist die dankbarste Methode eigentlich, oder? Voll, ja. Bewusste Esserin, wenn man so will. Manchmal bewusst schlecht, manchmal bewusst gut. Also, abgesehen von deinen Kindern, wie würdest du deine Kernthemen bezeichnen? In meinen Programmen? In deinen Programmen, ja. Ja, natürlich Kinderfamilie, wie du schon gesagt hast. Dann sehr stark auch das Bild der Frau und die Erwartungen, die an Frauen so gestellt werden. Also, der Zwiespalt, in dem man lebt, wenn man mit verschiedenen Glaubenssätzen, mit verschiedenen Vorstellungen, auch gesellschaftlichen, konfrontiert ist. Und, ja, natürlich auch langjährige Partnerschaften. Mein Mann und ich haben jetzt nächstes Jahr auch 20 Jahre am Buckel. Oh, okay. Und, ja, das ist auch schon ein Zeiterl. Und, ja, die Dinge, die da einhergehen, die Dinge, wo man sich selbst, obwohl man glaubt hat, man kennt sich und den Partner gut, neu kennenlernt und komplett neu ausrichten muss, auch weil das Leben neue Perspektiven und neue Blickwinkel aufzeigt. Ja, die Rolle der Frau ändert sich ja auch gerade sehr stark so im Kabarett-Kontext. Merkst du das? Ich finde, also man merkt es schon. Also, wie ich begonnen habe, Kabarett zu spielen, war das immer noch was sehr Exotisches aus meiner Sicht, dass eine Frau auftritt und Sachen sorgt, die unbequem und unangenehm sind. Das hat auch vielen Menschen oder auch Veranstaltern nicht getaugt. Da haben Leute auch gesagt, also nein, das spüle ich nicht. Ja, das hat es doch auch gegeben oder den Satz hat es doch auch gegeben, für eine Frau gehört sie das nicht. Das hat man für, das war im Kabarett, war das tatsächlich auch ein Satz, den man gehört hat. Jetzt nicht so vom Veranstaltern, aber vom Publikum. Genau, eine Frau sagt sowas nicht. Oder für eine Frau ist das ganz super, habe ich auch schon gehört. Für eine Frau ist das sehr lustig. Also umgekehrt gibt es das auch. Und das bricht sehr auf. Das ist in den letzten zehn Jahren sehr aufgebrochen. Also sowohl für Veranstalter ist das vielerorts keine Frage mehr, als auch für Fernsehsender, die Frauen mittlerweile ganz anders platzieren. Ja, das beobacht ihr auch und das ist schon sehr gut, so muss man sagen. Ja, und nicht nur Frauen, sondern auch Newcomer generell. Also unabhängig vom Geschlecht finde ich, dass es lässig ist, dass jetzt einfach auch Gesichter auf die Bildfläche kommen, die noch nicht zehn, zwanzig Jahre im Business sind, sondern einfach auch neue Gesichter, wo das Publikum sich auch daran gewöhnen kann. Und vieles an Gefallen ist auch ein Gewöhnungseffekt, habe ich beobachtet. Sicher, ja, auf jeden Fall. Und das Thema Beziehung, nachdem das auch so eine wichtige Rolle spielt für die. 20 Jahre, so eine lange Zeit, wie Wie hält man das aus? Wie geht das? Wie schafft man das? Du thematisierst es ja ein bisschen. Ja, sag mal, wie schafft man es? Ja, eh. Man schafft es, indem man nicht die Hoffnung verliert, dass sowohl man selber als auch der andere in der Lage ist, sich auf den anderen einzulassen und sich aufeinander einzustellen. Und dass einfach auch Dinge, die man jahrelang gemacht, gedacht, praktiziert hat, dass das auch Dinge sind, die man ändern kann, ändern will, die sich auch verändern und sich im Zweifelsfall da auch begleiten zu lassen. Also für jeden Scheiß im Leben gibt es Coachings. Ich finde es gut, als Paar sich auch coachen zu lassen und auch Gespräche moderieren zu lassen. Also das ist etwas, auf das ich sehr setze, weil das einfach einen Sinn macht, sich nicht in den eigenen Gesprächen zu verstricken. Das kann ich gut nachvollziehen. Hast du gute Erfahrungen gemacht mit sowas? Sehr gute. Sehr gute. Also wir haben regelmäßige Sessions bei einem sehr lässigen Bartherapeuten, der uns aber jetzt nicht dauernd durch Krisen begleitet. Also man darf sich nicht vorstellen, dass man dort nur hingeht, wenn man Krisen hat, sondern einfach auch durchs Leben begleitet. Also wenn, weiß ich nicht, wichtige Entscheidungen anstehen, die die Familie betreffen, die Kinder betreffen, die Ausbildungen betreffen, die Berufliches betreffen, dann ist das etwas, wo wir uns gerne hinsetzen und das moderiert sortieren, wenn man sich so in seinen eigenen Fallstricken gerne fängt. Das klingt total gut. Und ihr macht das schon lange und bewährt sich. Ja, das machen wir schon lange und das bewährt sich und das ist etwas, das würde ich jedem Paar empfehlen. Also ich bin da eben durch meine Sozialpädagogik-Ausbildung, wo sehr viel Selbstreflexion dabei war, wo sehr viel auch, also da gibt es ja eine verpflichtende Anzahl an Stunden, die man vorweisen muss an Selbstreflexion. Und ich finde, das sollte fast ein Schulfach sein. Ja. Ja, also das ist, weil die Menschen schleppen so viel durch ihr Leben mit, dass sie ihr Leben lang beeinflusst. Dinge aus der Kindheit, Erfahrungen, auch Vorbeziehungen und arbeiten das nie auf und wundern sich, warum sie irgendwann einmal in Sackgassen sitzen. Ja. Und es lohnt sich zurückzublicken. Mhm. Das kann ich mir gut vorstellen, ja. Und vor allem, wenn du sagst, du hast Erfahrung damit und das auch gelernt auf eine Art und Weise, dann glaube ich dir das sofort, ja. Das bringt sicher was. Absolut. Ich glaube, Menschen in Sozialberufen oder in psychologischen Berufen werden das bestätigen können. Es ist einfach, wenn man so eine Ausbildung macht, ist das persönlichkeitsverändernd, weil man da sehr auch reingeht. Wenn man sich mit Pädagogik gerade beschäftigt, muss man sich sehr damit befassen, was für eigene Ansichten und Erfahrungen habe ich zu dem Thema. Mhm. Weil nur dann kann man etwas weitergeben und jemanden begleiten, ohne ihm überzustülpen, was man selber gelernt und erfahren hat. Ja. Okay. Und hilft dir das Kabarett, würdest du sagen, dabei verschiedene Dinge zu bewältigen? Ja, definitiv. Also eh bei allem. Also das ist ja auch fast ein Psychotherapieersatz oder Ergänzung, würde ich sogar sagen. Ja, weil es einfach ein Raum ist, wo man Dinge ansprechen kann, die im Leben passieren. Und weil man sieht, dass es Menschen gibt, denen es genauso geht. Also es ist, finde ich, eine gegenseitige Therapie. Ja, genau. Also man hilft sich eigentlich gegenseitig. Man hilft sich Publikum und Darsteller helfen sich hier gegenseitig. Julia, wenn du die letzten beiden Jahre in einem Satz beschreiben müsstest, wie würde dieser Satz lauten? Geht's mir nicht am Nerv. Das war der erste, der mir jetzt eingefallen ist. Ja, okay. Und den hast du sicher schon öfter gesagt in diesen zwei Jahren. Ja, ja, ja. Hast du durch Corona, so schlimm die ganze Zeit oder die ganze Pandemie an und für sich ist, kannst du dem was Positives abgewinnen oder vor allem hast du was gelernt dadurch? Ah ja, natürlich. Also Entschleunigung, Geduld, das ist schon etwas, das ist ja nicht mehr in die Wiege gelegt worden. Ganz im Gegenteil, ich bin schon ein sehr gewilliger Mensch und in einer ziemlichen Geschwindigkeit unterwegs normalerweise. Und jetzt geht es so Richtung Faultier. Aber es ist eine gesunde Entwicklung Richtung Faultier. Kannst du es genießen oder ist es angenehm für dich teilweise einmal das Nichtstun? Mittlerweile schon. Also wie gesagt, am Anfang, erster Lockdown hat es mir immer wirklich ausgebremst. Da muss ich aber sagen, dass es mich aus einem Zustand ausgebremst hat, der schon nicht mehr gut war. Also ich habe einfach echt viel gespült und in einer Geschwindigkeit und links und rechts noch irgendwie alles für die Familie gecheckt und so. Und da merke ich, dass das gut ist, dass es so nicht mehr ist und ich auch möchte, dass es so in diese Intensität nicht mehr reinschlittert, weil das wäre auf Dauer nicht gut gewesen. Ja, okay. So gern ich spiele, aber das sind Dinge, wo ich mir denke, ich muss auch sozusagen das, was ich beruflich mache, auf das anpassen, was sonst im Leben noch meine Anforderungen sind, weil sonst kann ich nicht damit rechnen, dass ich einen langen Atem haben werde. Ja, verstehe. Also ich muss auf einen Marathon hin planen, von dem ich eigentlich nicht weiß, wie lange er ist. Ja, ja, verstehe. Und dann gibt es ja diese Redewendung, das geht auf die Substanz und das tut es ja dann auch und das merkt man, oder? Genau. Und da bin ich sehr froh, dass das dazwischengekommen ist und mir auch gezeigt hat, wie wichtig das ist, auf meine Substanz zu schauen. Also diese Entschleunigung hat schon einfach auch gebracht, dass ich die Jahre, in denen sehr vieles sehr schnell passiert ist, auch auf meinem Karriereweg, verarbeiten konnte und das einmal auch genießen konnte und zurückschauen und sagen, wow, was ist denn da in den letzten acht Jahren eigentlich passiert? Ja. Wie geht es eigentlich deinem Mann damit, wenn wir schon so beim unter Anfangszeichen verarbeiten sind? Weil wie ihr euch kennengelernt habt, da war das ja sicher kein Thema, dass du eines Tages einmal auf der Bühne stehen wirst. Nein, überhaupt nicht eigentlich. Nein, das war überhaupt kein Thema. Aber der hat das so Schritt für Schritt mitgemacht und halt verfolgt und beobachtet und ist stolz auf die, nehme ich mir an, oder? Ja, voll. Also das ist schon was sehr Schönes und auch schön zu beobachten. Wir haben, wie das da damals mit dem Bewerb war und ich bei der großen Chance war, da bin ich ja bis ins Halbfinale gekommen und dann hatte ich ein Management und ein Jahr voller Termine. Also das ist mir quasi zur Seite gestellt worden und dann war Spielen angesagt. Und zuerst hat es so ein bisschen kleiner begonnen und dann ist es natürlich mehr geworden und ich war ja damals in einer Karenz, also noch in einer Karenz und mein Mann war dann schon so, uh, eigentlich haben wir gesagt, das ist ja quasi nur so ein Hobby. Und ich habe gesagt, ja, das stimmt. Eigentlich habe ich das auch gesagt, das ist so nebenbei und es soll Spaß machen, das tut es auch und es soll quasi nicht zum Beruf werden. Das war überhaupt kein Thema eigentlich. Und dann ist das mehr geworden und da hat er dann schon gesagt, puh, puh. Und ich habe aber dann gesagt, ja, ich verstehe, das ist jetzt für und für mich und dich sehr neu, aber es ist etwas, was sich wohl einmal im Leben bietet und da auch nicht jedem auf der Welt. Also das ist etwas, da bin ich sehr dankbar dafür, dass mir dieses Geschenk gegeben wurde, diese Chance zu haben. Und da hat er dann auch voll mitgezogen und hat gesagt, ja, in Wahrheit muss man da das Schicksal beim Schopf packen und das nutzen, was einem das Leben hier schenkt. Und hat mich da wahnsinnig unterstützt. Das heißt, muss ich sagen, ohne meinen Mann wäre das nicht gegangen. Ja. Und wie siehst du das generell, diese Vereinbarkeit von Familie und Kabarettspielen? Es ist schon vordernd teilweise, oder? Ja, ist sehr fordernd, aber jetzt nicht unbedingt immer wegen der zeitlichen Komponente. Also die zeitliche Komponente, finde ich, ist ganz gut hinzukriegen und es ist viel Organisation. Also mein Mann übernimmt sehr viel, was die Kinder betrifft und macht das auch sehr gern. Das ist ja als Pädagoge auch seine Leidenschaft. Aber es ist natürlich auch sehr anstrengend zwischenzeitlich. Trotzdem alles organisierbar, zumal ich ja am Abend weg bin und sonst ja da und auch die ganzen Sommerferien frei habe zum Beispiel. Das ist ja was, da bin ich ja eh eigentlich verfügbarer als Eltern, die von 9 to 5 arbeiten. Aber es ist so die Komponente der Erwartung an eine Mutter. Ja, ja, ja. Also das ist viel schlimmer als die zeitliche Komponente, dieses schlechte Gewissen, das man sich macht, weil verschiedene Dinge im Kopf erfüllt sein müssen. Ja, aber hast du auch, weil wir zuerst das Wort schon gehabt haben, diesen Triggerpunkt, dass du eine schlechte oder keine so gute Mutter sein könntest? Ja, ich glaube, das hat man sobald man gebärt. Wirklich, wahr? Ja, also eigentlich sobald man befruchtet ist, finde ich, weil da hat man dann, finde ich, fängt schon mal an mit dem schlechten Gewissen, was ich esse, welche Dinge ich zu mir nehme, wie ich lebe, ob ich genug schlafe, ob ich mit dem Bauch oft genug eincreme und Spieluhren drauflege, damit das Kind ganz intelligent wird und vorgeburtlich Musiker. Also was es da alles gibt, was auf einen einprasselt. Und dann natürlich auch noch die Erfahrungsberichte der Umwelt, die dir völlig ungefragt ihre Schwangerschaftsgeburtserfahrungen auftreten. Also ich hatte einen Mann, der mir über Dammschnitte gefachsimpelt hat und mir gesagt hat, wie ich da am besten vorgehen soll. Der hatte aus meiner Sicht mit Frauenthemen sehr wenig am Hut sonst, aber er hat sich hingesetzt und mir die Welt erklärt, was Dammschnitte betrifft und Geburtsvorgänge. Und da habe ich mir dann gedacht, so, und jetzt mache ich meine Ohren zu und denke mir, geht es mir nicht am Nerv. Ja, nur mal ganz kurz zu deinem Mann. Wie geht es ihm damit, wenn er auf der Bühne vorkommt? Taugt ihm das oder? Ja, es taugt ihm. Es taugt ihm und er weiß ja auch, dass es ein Stück weit nicht er selber als Person ist, sondern alle. Und das ist ja auch das, was meine Kinder sagen, wenn sie sagen, na Freunde von uns sagen, du redest auf der Bühne über uns. Und ich sage, nein, ich rede nicht über uns, ich rede über euch alle. Ich rede über alle von euch. Also du redest über, du sagst meine Kinder, aber du meinst eigentlich alle Kinder, oder? Ja, und es ist auch nie so, dass es die Themen sind, die meine Familie betreffen ausschließlich, sondern es sind immer die gesammelten Werke, die Dinge, die in meinem Umfeld passieren, die ich mitbekomme, die ich auch aus den Medien aufschnappe. Es ist ein Gesamtwerk. Ja, verstehe. Und ganz kurz, ich will nicht darauf rumhalten, nur noch eins, wird dein Mann dann hin und wieder auch angesprochen auf Dinge, die angeblich passiert sind? Ja, immer wieder natürlich auch, hörst du, das war arg, wenn wir gewusst hätten, dass bei euch so zugeht. Oder auch, du armer Kerl, wie hältst du das aus? Ja, aber ihm taugt es. Ja, und selbst gewählt und er könnte noch ein viel schlimmeres Schicksal haben, sage ich ihm immer. Das sage ich immer aus der Ferne, glaube ich. Das darfst du dir nichts anderes sagen. Nein, das meine ich sagen. Was habt ihr jetzt gemacht über Corona? Oder hast du gelesen, Serien geschaut? Ja, Grace and Etto, mit der Bistin war sehr reingekippt, große Tochter und ich. Und ja, ich habe sonst hauptsächlich irgendwie herumorganisiert, um die Kinder, um unseren Alltag, um alles Mögliche. Also Corona war eine sehr bunte Zeit oder ist immer noch eine sehr bunte Zeit. Weil der Zusatzaufwand, der da aufgepoppt ist, ist schon exorbitant. Ja, ja. Und auch die Dinge, die man so im Schädel abspielt, die Entscheidungen, die man für sich trifft, reichen eigentlich schon, finde ich, für Corona. Und dann die Entscheidungen, die man auch noch für seine Kinder zu treffen hat. Ja. Gehen sie in die Schule, gehen sie nicht in die Schule. Wie wird das weitergehen? Wie ist das gesundheitlich? Schütze ich sie mit einer Impfung oder ist es zu früh? Also das sind Sachen, die einem schon im Kopf herumkreisen und viel Kapazitäten fressen. Ja. Abgesehen von Grace and Etto, ich habe an dieser Stelle ganz gern so Buchempfehlungen oder Serienempfehlungen. Kannst du was empfehlen oder gibt es Dinge, die dir oder was du, vielleicht euch als Familie, solche Dinge sagen, auf die sind nicht dankbar, wenn man sich so die ganze Familie darauf einigen kann? Das ist immer schwierig, dass ich die ganze Familie auf etwas einigen kann. Gibt es das Wetten, dass unter den Serien? Puh. Es gibt schon Filme, die wir uns gern anschauen. Die ganze Disney-Film-Palette natürlich geht super für die ganze Familie oder überhaupt immer in Kinderkinofilme. Super war, alles steht Kopf, finde ich, von Disney. Da ging es um die Pubertät und was im Gehirn alles passiert, wenn sozusagen die Pubertät abläuft. Das ist was, das finden wir alle sehr lustig. Und ansonsten haben wir gerade vom Dachboden unseren steinalten Videorekorder runtergeholt und schauen uns gerade Videos an, so richtig alte Videokassetten von unserer Jugend, Kindheit, jugendem Erwachsenen dasein. Wirklich, das ist doch super. Ja, das hat uns alle jetzt die letzten Tage sehr fasziniert, weil die Kinder da gesehen haben, wie wir so vor 20 Jahren waren oder länger. und wir das auch wieder gesehen haben. Das war schon sehr stimmungsvoll. Ah, das klingt super. Zurück in die Zukunft, oder was? Das sind Filme, ich überlege jetzt, was konnten das für Filme sein. Genau, und was wir auch sehr gerne schauen, ist alte Serien aus unserer Kindheit, also ALF zum Beispiel. Wirklich? Die ganzen ALF-Staffeln habe ich mir auf DVD zugelegt und das ist, was die ganze Familie gerne schaut. Sehr gut, das stellen wir super vor. ALF wieder mal schauen, das ist eine gute Idee. Und der ist so genial, weil er eigentlich ein Erwachsener ist und sich benimmt wie ein Kind. Und das fasziniert die Kinder so sehr. Das stimmt total. Genau. Und die Katze habt ihr ja keine. Nein, aber wir hätten gerne eine. Der Einzige, der keine will, ist mein Mann an dieser Stelle. Möchte ich ihm gleich an den Pranger stellen. Vielleicht, ja, das ist ja mal. Er hört es jeden Tag, aber es beeindruckt ihn nicht. Ah, okay. Googlest du dich selber? Ob ich mich selber google? Eigentlich nur, wenn es irgendwie so bestimmte Themen gerade geht oder weiß ich nicht, wenn eine bestimmte Sendung ist, wo ich mir anschauen will, ob es im Internet Feedback dazu gibt. Dann google ich mich selber. Und ich finde ja immer sehr lustig, sich selber googeln, dass sich im Google Verlauf dann so häufige Anfragen abbilden. Also wenn man das eingibt, dann quasi auch häufig abgefragt auch. Und da sind Sachen drinnen, die ich ganz arg finde. Lydia Brenner-Kasper und Leder zum Beispiel. Ja, wirklich. Lydia Brenner-Kasper, Füße habe ich auch schon. Und ich kriege wirklich Anfragen von Fußfetischisten, spannenderweise. Und so schöne Füße, finde ich, habe ich gar nicht. Vielleicht gerade deswegen. Okay, war interessant. Und kriegst du generell Zuschriften? Also kriegst du viele erstens einmal und kriegst du unpassende? Also unpassende eigentlich finde ich nur von den Fußfetischisten. Sonst bin ich noch nie irgendwie komisch angestiegen worden oder mir irgendwelche ungefragten Bilder geschickt, Gott sei Dank. Ansonsten kriege ich überwiegend sehr, sehr liebe, angenehme Zuschriften. Ja, oder Autogrammwünsche, Briefe von Orten, von denen ich nicht vermutet habe, dass mir Autogrammwünsche geschickt werden. Super. Also da hatte ich China dabei, die Schweiz hatte ich dabei. Echt. Sehr viel aus Deutschland. Super. Wo ich nicht gedacht hätte, dass ich da hin reiche. Ja. Du hast da eine total nette Kommentare, so unter den Videos und so. Ja, Gott sei Dank. Ja. Ja, man muss sich sagen. Also ich mag meine Community sehr gern und auch auf Facebook und Instagram kriege ich immer sehr schöne Rückmeldungen. Mit wem telefonierst du am öftesten? Mit meinem Mann tatsächlich, ja. Wenn wir irgendwie unterwegs sind, also wir rufen uns regelmäßig an. Wie geht es dir? Was machst du? Wie war dein Tag? Und wer holt heute die Kinder? Natürlich organisatorisch. Haben die auch Handys? Ja, die haben auch Handys. Es sind nämlich begeisterte Zugfahrer und Öffi-Fahrer. Und sobald die Kinder begonnen haben, Öffi zu fahren, habe ich gesagt, ja, jetzt ist es Zeit für ein Handy. Okay. Aber das ist ja auch so ein Thema. Ich will sich jetzt nicht so strapazieren generell. Aber das kann man ja sehr schwierig kontrollieren, oder? Wie die umgehen damit. Ja, nicht alles kann man kontrollieren. Das ist wohl wahr. Ich meine, man könnte das schon mit diversen Sperren und was weiß ich was. Man könnte auch nur, weiß ich nicht, dieses YouTube Kids und so. Das haben wir mal versucht. Und dann haben die Kinder gesagt, da sind nur die Scheiß-Videos drin, das ist langweilig. Und dann haben wir gesagt, gut, dann machen wir es wieder anders, eh verständlich. Und versuchen ihnen halt beizubringen, dass sie sofort Alarm schlagen und es uns erzählen, wenn ihnen etwas komisch vorkommt. Ja. Das funktioniert auch ganz gut. Ja. Ja. Was ist die wichtigste Sache, die man lernen muss, die man aber nicht in der Schule durchnimmt? Puh, da gibt es so viele. Also dann muss es nicht um die wichtigste, eine wichtige Sache? Eine sehr wichtige Sache ist Reflektieren. Reflektieren nicht nur über schulische Themen oder über Themen, die die Welt betreffen oder Fachthemen, sondern reflektieren auch über sich selbst, über die eigenen Ansichten und die eigene Herkunftsgeschichte. Ja. Wenn du einem Kind oder deinen Kindern einen Rat geben könntest, was wäre das? Da gibt es auch so viele Ratschläge, die gut sind und gut wären. Genieße dein Leben wäre es, ja. Genieße dein Leben. Mach es dir in so vielen Momenten wie möglich so schön wie möglich. Gibt es Lehrer, die dich beeinflusst haben in der Schule? Also es gibt oft so Lehrer, die einen sehr motivieren können in eine bestimmte Richtung. Hast du solche Erlebnisse gehabt? Ja, im positiven wie im negativen Fall. Ja, natürlich, ja. Ja, hatte ich natürlich. Also ein Lehrer hat mir natürlich gesagt, dass so wie ich drauf bin, dass alles nie was werden wird natürlich, obwohl ich eigentlich eine sehr gute Schülerin war. Nur das Problem war, ich war Klassensprecherin und habe mir selten ein Blatt vor den Mund genommen. Und das war natürlich nicht allen Erwachsenen recht, die sich ungern auf das einlassen, was Kinder denken. Und da habe ich schon Messages bekommen, dass sozusagen aus mir nichts wird, ja, oder dass ich… Ja, dass du wahrscheinlich noch zurechtgetutzt werden bist. Genau, dass ich so genau, ich wäre noch fest auf die Pappenflüge mit dem Mund, den ich da öffne und mit den Wörtern, die da rauskommen. Und die habe ich aber immer sehr ignorieren können, Gott sei Dank, ja, beziehungsweise hat es mich angespornt und habe mir gedacht, so, und jetzt hast recht. Aber die überwiegende Anzahl meiner Lehrer waren eigentlich sehr, sehr bemüht und sehr lässig drauf. Und ich finde es ja immer schön, wenn Lehrer Lehrer werden, weil sie etwas mit Jugendlichen anfangen können und nicht, weil sie mit dem Fach gut können. Das ist ein guter Punkt, voll. Und du, bist du eine gute Lehrerin im Homeoffice? Nein! Nein? Nein, bin ich überhaupt nicht. Ich bin, glaube ich, die schrecklichste Lehrerin, die man sich vorstellen kann. Aber das ist, finde ich, ganz oft so, wenn man die eigenen Kinder unterrichtet, weil der Zweck des Aufwachsens von Kindern ist ja, sich von ihren Eltern abzugrenzen und sich nicht von ihnen die Welt erklären zu lassen. Und wenn sie in der Schule sind, dann sind sie in einem Alter, wo sie sich generell dauernd ablösen. Und jetzt kommt das Elternteil daher und erklärt dem Kind, wie das gehen soll. Und es funktioniert nicht. Es artet immer in irgendwelchen Diskussionen aus. Nein, du kannst das nicht. Nein, in der Schule erklären sie das ganz anders. Ja, stimmt. Mir schaut ein Trottler aus die Augen. Ich habe noch nie dividiert in meinem Leben. Also ich glaube, Eltern sind keine guten Lehrer. Und das, was von Eltern hier verlangt wird, ist für die Kinder und für die Eltern nicht gut. Ja, aber du hast jetzt auch nicht wirklich eine Alternative oder es geht halt einfach nicht anders teilweise. Also wenn Homeschooling ist, geht es nicht anders, wobei wir das Glück haben, dass wir eine sehr bemühte Schule haben, die versucht, das mit allen Mitteln zu verhindern, dass es soweit kommt. Also wir hatten nicht lange Homeschooling, Gott sei Dank. Wir hatten sehr schnell auch in der Schule eine gute Betreuung. Ja. Und da bin ich sehr dankbar. Okay. Hast du schon mal was ausprobiert, was du nie mehr wieder machen möchtest? Ja, selbstverständlich hat man das in seinem Leben. Was habe ich schon mal ausprobiert, was ich nie mehr wieder machen möchte? Ich möchte nie mehr wieder in einem großen Konzern arbeiten, der sich jedes Jahr neu erfindet, um seine Zahlen noch besser zu machen. Das möchte ich nie mehr wieder machen. Das war eine Zeit, in der es total lässig und fein war. Wir hatten eine superlässige Firmenkultur auch und dann ist der große Konzern immer mehr verkommen zu einer Managementbude, wo es fast mehr Manager als Ruderer gab. Und ja, das halte ich schlecht aus, dieses Überbusiness. Ich habe so eine wichtige Position. Ich bin Head of Very Complicated Speaking und habe so viele Termine am Tag, ich kann nicht mal aufs Klo gehen. Das halte ich ganz schlecht aus. Wie lange hast du es ausgehalten? Sieben Jahre. Ah doch, okay. Sieben Jahre. Und wie gesagt, es war eine tolle Zeit, aber es ist dann in den letzten Jahren dazu verkommen. Und ich finde, dass manche großen Konzerne einfach aufgrund ihrer Zahlen und Analysten-Ratschläge dazu neigen, zu vergessen, wem sie den ganzen Erfolg zu verdanken haben, nämlich den Menschen, die in diesen Häusern sitzen. Und da bin ich froh, dass ich da nicht mehr sitze. Ja, das kann ich mir gut vorstellen. Du hast deinen Mann bei der Arbeit kennengelernt, habe ich irgendwo gelesen, war es dieser Betrieb oder diese Firma? Ah ja. Und du bist jetzt beide nicht mehr dort? Wir sind beide nicht mehr dort. Wir sind relativ zeitgleich dort ausgestiegen, ja. Okay. Aber das ist praktisch, oder? So für das eigene Verbuchen von dem Ganzen, wenn man sagen kann, okay, dafür war es gut. Nein, dafür war es super. Ich habe auch dort irrsinnig viel gelernt. Also ich habe ja meinen wirtschaftlichen Background eigentlich dort mir angeeignet. Und der hilft mir irrsinnig bei meiner Selbstständigkeit. Also alles, was ich in meinem Leben gemacht und gelernt habe, ist nützlich und hilft mir heute sehr weiter. Aber ich brauche es nicht nochmal. Verstehe. Okay. Gibt es irgendwelche Filme oder Lieder, die dir sehr taugen, für die du dich aber auch ein bisschen schämst? Ja, natürlich. Schön, der Nachsatz. Das macht die Frage nicht ganz so gewöhnlich. Ja, ich bin ein großer Dirty Dancing Fan. Ja? Ja, sehr, sehr leibernd. Der gesamte Soundtrack ist auch ganz großartig. Ja, schon. Ein bisschen schäme ich mich, aber ich finde es so lustig und so schön. Ja, aber es ist ja irgendwie schon, oder? Ja. Da finde ich, stimmt das Wort Trigger auch. Man weiß nicht genau wieso, aber irgendwas trifft das. Irgendwas trifft das, genau. Gibt es Eigenschaften an dir, die andere Leute als verrückt beschreiben würden? Ah, ich glaube, da gibt es massig. Ja, doch. Ich glaube, die überwiegende Anzahl meiner Eigenschaften würden die Menschen als verrückt bezeichnen. Ja, ja. Ja, ich bin schon ein sehr impulsiver Mensch. Ein sehr, also im Positiven wie im Negativen. Ich fühle und lebe sehr intensiv. Und das ist nicht etwas, was alle Menschen so ruhig lässt oder so kalt lässt. Und ja, das ist sicher eine meiner verrückteren Eigenschaften. Und dann einfach zu tun, zu machen, sich nichts scheißen und Dinge raussagen, die man vielleicht nicht sagen sollte, wenn man eine Frau ist. Ja. Wie nennst du dich selber, wenn du mit dir sprichst? Wenn ich mit mir selber spreche? Nein, wenn ich mit mir selber spreche, dann ist es eigentlich immer du. Ja? Sagst du Lydia zu dir? Oder ja? Oh ja, du hast recht, weil wenn ich sage, was sage ich, Lydia, das war jetzt steppert. Ja. Sagst du sowas? Da sage ich schon meinen Namen, ja. Aber versuchst du, nett zu dir zu sein? Wow. Das liest man so. Man liest so viel in letzter Zeit über sich Dinge, so wie man mit sich selber umgehen sollte. Selbstcare und was weiß ich, nein, da bin ich nicht gut. Das muss ich sagen, ich bin schon sehr selbstkritisch. Also ich sollte es mit mir deutlich besser meinen, als ich es tue. Ich gehe manchmal mit mir schon hart ins Gericht. Ja. Ja. Und glaubst du, dass man das eigentlich tun muss, um Erfolg zu haben? Oder ist das dem Erfolg zuträglich? Oder ist es eher so, dass man, dass wenn man netter ist zu sich, dass einem das gut tut? Was glaubst du, wie ist das Verhältnis? Also ich glaube, dass es fürs Anspornen schon nicht schlecht ist, wenn man sich selber auch ein bisschen Gas gibt und auch so ein bisschen, unter Anführungszeichen, zur Selbstoptimierung, die ja auch nicht schott. Ja. Aber ich glaube, man muss das gesunde Mittelmaß finden. Nett zu sich zu sein, ist schon auch sehr wichtig. Ich finde, dass man sich ein bisschen mit gütigeren Augen betrachten könnte. Ja, schon. Und sich ein bisschen mehr Fehlerkultur zulegt, nämlich auch auf die eigene Person, dass man sich selber nicht so krantig betrachtet in Bezug auf Charakter, auf Aussehen, auf wie bin ich jetzt mit der Situation umgegangen, auf wie, weiß ich nicht, ist mein Programm heute angekommen. Ja, dass man da nicht alles permanent auf sich selber bezieht. Ja, das stimmt sicher. Also da könnte ich schon netter zu mir sein. Ja. Bist du da sehr kritisch? Zum Beispiel, wenn der Abend nicht so gut war, dann denkst du nicht, ah, es waren heute lauter Gipsen oder Gipsen. Lauter Trotteln im Publikum. Hab ich schon gehört auch von Kollegen oder Kolleginnen? Nein, nein, das glaube ich nicht. Immer machen wir schon Gedanken, was war das jetzt heute? Ja, manchmal komme ich zu dem Schluss, ich war es nicht, natürlich, nicht immer. Manchmal komme ich aber auch zu dem Schluss, bah, da warst du halt einfach nicht gut drauf oder da warst du heute krantig und hast dein Thema mit auf die Bühne genommen, das hätte da nicht hingehört. Ja, aber das zu hinterfragen, das mache ich schon, ja. Okay. Welche Persönlichkeitseigenschaft schätzt du besonders bei anderen Menschen? Nachsicht. Nachsicht ist was, was man gerade einfach, Nachsicht mit mir, Nachsicht mit sich selber, ja, und Nachsicht ist auch was, was mir ganz gut täte, wenn ich mehr davon hätte, ja. Ja. Also, wenn jemand nachsichtig ist und sein kann, dann ist das schon eine große Charakterstärke. Merkst du manchmal, dass du wirst wie deine Eltern? Ja. Wie geht es dir da damit? Ja, geht so, ne. Ich meine, manche Sachen, die ich von meinen Eltern habe, sind ja super, also die helfen mir ja sehr weiter, also in der Gesellschaftssinn meines Vaters und der Humor, eben auch das Goscherte von meiner Mama und dann auch wieder so das Strukturierte. Und dann gibt es natürlich Sätze und Dinge, die man sagt, die man nie sagen wollte, besonders auch in Bezug auf die eigenen Kinder. Auf der anderen Seite fange ich da jetzt auch an, sehr nachsichtig zu sein, weil jetzt irgendwie, wo ich sehe, wie herausfordernd es sein kann, wenn Kinder größer werden und wie das auch mit diesem Ablösungsprozess ist und mit dem, was sie dir auch entgegenschleudern, wo es an dir alles nicht passt natürlich, beginne ich nachsichtig mit meinen Eltern oder viel nachsichtiger mit meinen Eltern zu werden, weil es ist ein Kampf. Es ist ein Kampf gegen seinen inneren Schweinehund. Es ist ein Kampf mit seinen Kindern und mit sich selber, um den Prozess gut zu begleiten. Und da macht man einen ganzen Haufen Fehler. Und das ist auch gut so. Was ist deiner Meinung nach der Schlüssel zu einer guten Erziehung? Ich bin ja mit dem Wort Erziehung ein bisschen auf Kriegsfuß. Aber nein, das ist schon gut so. Also Erziehung ist immer sehr formend oder es hat für mich einen sehr formenden Charakter. Verstehe, ja. Und der beste Ansatz für Erziehung, wenn man es so nennen will, also für mich ist es immer ein bisschen Begleitung, ist nicht formend zu wollen. Das ist, glaube ich, ein guter Ansatz. Nicht immer gelingt das, sondern wenn man sieht, wie Kinder manchmal tun und sich verhalten und man dann angstvoll denkt, bleibt dir das. Bleibt meinem Kind das oder wird das noch besser. Ja, also du meinst jetzt Dinge, wo du das Gefühl hast, okay, wenn du das beibehaltst, wirst du das schwer haben im Leben oder so. Ja, genau. Also man möchte den Kindern ja auch immer wieder was ersparen und versucht dann auch formend einzugreifen, aber das ist eigentlich gar keine gute Idee. Eben die Kinder nicht zu formen und ihnen auch nichts ersparen zu wollen. Ja. Das ist eine große Übung und das ist, glaube ich, ein guter Ansatz, um Kinder zu begleiten. Ah ja, aber das ist natürlich schon, das denke ich mir schon irgendwie, es ist schon schwierig, wenn man sagt, okay, ich will dir nichts ersparen. Das bringt mir ja nicht so leicht über das Herz auf. Nein, weil du bist von Anfang an, sobald das Kind auf die Welt kommt, bist du darauf getrimmt, dem Kind Dinge zu ersparen. Du willst ihm Schmerz ersparen, du möchtest ihm ersparen, dass es zu lang schreit, weil es Hunger hat. Du möchtest ihm Schlaflosigkeit ersparen, Blähungen, all das. Und das wächst natürlich mit. Und es ist aber voll notwendig und wichtig für die Entwicklung, dass sie lernen, auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln und auf die Pappen zu fliegen und dann einmal auf der Lippe zu bluten. Aber sie haben dafür ihre eigenen Schritte gemacht und sind nicht an der Hand gegangen. Es ist wirklich wichtig und es ist schwer zuzuschauen bei manchen Dingen, also bei den kleinen Dingen, bei kleinen Kindern noch weniger als dann bei den großen Dingen, wenn Kinder groß sind. Also dieser Spruch, kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen, haben wir immer gedacht, ja, aber er stimmt so. Glaubst du, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist oder ein schlechterer? Ich glaube, dass die Welt in fünf Jahren ein besserer Ort ist, weil ich ganz fest daran glaube, dass die Menschheit immer daran interessiert ist, sich weiterzuentwickeln. Wenn auch nicht alle Mitglieder der Menschheit, aber der Großteil, glaube ich, will das schon. Ja. Und du für dich selber, wo siehst du dich in fünf Jahren? Das ist eine gute Frage. Ich sehe mich hoffentlich glücklich und zufrieden in meinem Beruf, den ich so sehr liebe, mit den Menschen, die ich so sehr liebe, in meinem Leben, ohne dass mir etwas abgeht. Und Corona war vielleicht super, wenn es weg war, aber… Ja, schon irgendwie. Das war irgendwie ein bisschen weniger zart. Aber auch wenn es da ist, glaube ich, werde ich es mir schön machen. Ja. Wenn du zum jetzigen Zeitpunkt deine Memoiren schreiben würdest, wie würde das Buch heißen? Das ist eine gute Frage auch. Wie würden meine Memoiren heißen? Wahrscheinlich irgendwie sowas wie nicht auf die Pappen geflogen oder sowas. Irgendwas mit deinem losen Mundwerk. Ist doch gut. Lydia, dann sage ich an dieser Stelle vielen Dank für deinen Besuch in der Pension Schöller. Dankeschön. Es hat mir sehr gefallen. Und wir kommen noch zu unserer abschließenden Rubrik, dem… Pension Schöller. Frühstücksbuffet. Kaffee oder Tee? Tee. Sojamilch oder normale Milch? Normale Milch. Müsli oder Eierspeis? Beides. Beides. Comedy oder Kabarett? Kabarett. Komödie oder Tragödie? Komödie. Handy oder Notizblock? Notizblock. Früher Vogel oder Nachtäule? Nachtäule. Okay. Huhu. Spazieren oder Laufen? Spazieren. Kopf oder Bauch? Bauch übermannt meist Kopf. Aber Kopf ist auch sehr aktiv. Stadt oder Land? Land. Wobei, ihr habt es ja wirklich beides. Wir haben beides, ja. Also ich mag die Stadt auch sehr gern, aber ich würde nicht gern in der Stadt wohnen wollen. Also wenn es ums Wohnen geht, Land. Vergnügen gern Stadt. Fahrrad oder öffentlich? Fahrrad ist super. Instagram oder Facebook? Ist eine Altersfrage. Ich bin gerade in einer Zwischenwelt. Okay. Netflix oder Amazon Prime? Amazon Prime haben wir jetzt gerade, aber Netflix ist auch sehr verlockend. PlayStation oder Xbox? Keins von beidem. Ich bin überhaupt keine Zockerin. Wobei, PlayStation Sing Star. Okay, das geht. Ja, nehmen wir das. Steffansdom oder Riesenrad? Riesenrad. Donauwalzer oder Radetzkymarsch? Radetzkymarsch. Zuckerwatte oder Langosch? Zuckerwatte. Schwedenbomben oder Mannerschnitten? Schwedenbomben. Gedanken lesen können oder unsichtbar sein? Gedanken lesen können, viel spannender. Fliegen können oder unter Wasser atmen? Puh, ich bin ja Taucherin. Insofern kann ich das, ja? Ah ja, okay. Wahrscheinlich wäre es dann fliegen, weil das mit dem Tauchen kenne ich schon, mit dem unter Wasser atmen. Okay. Auf ein Bier oder auf ein Eis? Auf ein Eis. Cola light oder normal? Gar nicht. Gar nicht, wirklich? Okay. Party oder zusammensetzen? Party. Kino oder Couch? Puh, beides super. Aber Kino haben wir schon länger nicht gehabt, ja. Nehmen wir Kino. Chips oder Popcorn? Popcorn. Madonna oder Cindy Lauper? Madonna. Lady Gaga oder Billie Eilish? Oh, das ist eine sehr schwere Entscheidung, aber Lady Gaga, glaube ich. Mozart oder Beethoven? Mozart. Charlie Chaplin oder Buster Keaton? Charlie Chaplin. New York oder Los Angeles? Los Angeles. Italien oder Griechenland? Griechenland. Zelt oder Hotel? Beides irrsinnig gern, aber eher Hotel, also Wohnwagen, das wäre es dazwischen. Okay. Ja, Wohnwagen ist super. Nehmen wir Wohnwagen. Seine Mischung. Übergangsjacke oder Frieren? Oh, Übergangsjacke. Haube oder Frisur? Frisur. Worauf wartest du oder morgen ist auch noch ein Tag? Huh, das kommt auf die Thematik an. Putzen, morgen ist auch noch ein Tag. Verpflichtungen, morgen ist auch noch ein Tag. Gaude, worauf wartest du? Okay, okay, früh gehen oder bis zum Schluss bleiben? Bis zum Schluss bleiben. Servus, Baba oder auf Wiedersehen. Servus, Baba. Pension Schöller. Infos und Bilder findest du auf Facebook und Instagram. Alle Live-Termine von Rudi Schöller auf rudischöller.at Wenn, jetzt mal ein Tag. Tschüss. 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 Tschüss.